Nicht mehr lange, bis es rein losgeht. Mike, glaubst du, dass jetzt, dass Anneke in die Profi-Liga aufgestiegen ist, Eddow endlich sein Erfolgsrezept gefunden hat? Naja, er hätte selbst immer ein Erzept und das scheint ganz gut zu funktionieren. Er hat wohl jemanden gefunden, der mit Jumi mithalten kann. Wer weiß, wie weit sie bei den Profis kommen werden, aber Eddow ist bestimmt optimistisch. Auf jeden Fall ist das schön frische Herausforderer dabei zu tragen. Mal sehen, wie sie sich lachen werden. Ohne Fleiß kein Preis. Holen wir uns, was uns zusteht. Ohne Fleiß! Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH 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 Die letzte Runde war die Zeit 1,52, 9. 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 Die letzte Runde war die Zeit 1,52. Die letzte Runde war die Zeit 1,52, 9. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020